Ja, die sechste Aufgabe und zwar sammle Edelsteinfragmente bei benannten Orten ein. Zehn Stück und wir sind hier bei Shifty Chefs auf der Karte ganz genau hier. So, zack. Und das ist ein Edelfragment, das haben wir eingesammelt. Kommen wir direkt zu den nächsten. Leute, hier ist auf jeden Fall der zweite Edelstein. Ich bin auf der Karte ganz genau hier bei König Crossroads. Hier, so. Und gehen wir direkt zu den nächsten. Leute, ich bin immer noch bei den gleichen Orten. Es gibt einfach zwei Edelsteine. So, zack. Leute, der Edelstein gehörte doch nicht zu dieser Aufgabe. Es gehörte zu dieser Aufgabe hier. Äh, zu sammle Edelsteinfragmente, Nähe, Charakter ein. Ja, hier ist der dritte Edelstein auf der Karte. Auf jeden Fall ganz genau hier. Ganz genau hier, so. Einmal einsammeln. So Leute, der vierte Edelstein auf der Karte. Ganz genau bei Tijonises auf der Karte ganz genau hier. So, einmal einsammeln. Ja, der fünfte Edelstein auf der Karte ganz genau bei Greasy Groove auf der Karte ganz genau hier. Neben dem Laden. So, einmal einsammeln. Ja, der sechste Edelstein ist auf der Karte. Ist auf der Karte auf jeden Fall ganz genau bei Rocky Reels. Ähm, so, einmal so hier. So, zack. Einsammeln. Ja, Leute, der siebte Edelstein ist auf der Karte bei... Ups, eine Sekunde. Bei Chunkas Speedway auf der Karte ganz genau hier. So, neben den Autos hier einmal einsammeln. Ja, Leute, der achte Edelstein ist auf der Karte ganz genau hier. Einmal einsammeln. Achtter Edelstein ist auf der Karte ganz genau hier. Und neunter Edelstein hat es. Leute, der zehnte und letzte Kristall ist auf der Karte ganz genau hier. Und zack. Einmal einsammeln. Die kommen wieder direkt zu der siebten Aufgabe. Die kommen wieder direkt zu der Karte.